Wir haben wieder Pummel-Party gespielt. Ja, bei wem wollt ihr zuhause einbrechen? Wo, wo, wo bist du, Bruder? Wir warten schon 20 Minuten und dann noch mal mehr auf dich. Wo bist du denn gewesen, Mann? Aber diesmal gibt es absolutes Chaos, weil wir sind diesmal noch einer mehr. Viel Spaß. Pummel-Town, was ist ein Pummel-Town? Oh, das ist cool, da läuft so ein dreckiger Killer rum. Ach, nö. So, bitte nicht letzter, sonst dehnst er dich. Ach so, ach so, die Eins. Die Eins. Warte, 0 kann man trotzdem würfeln, ne? Ja, ja, 0 kann man würfeln. Ey, ich möchte nicht nach rechts. Ab nach rechts, für geschenkt. Ab nach links. Oh, ich wollt nach links. Ich wollt nach links. Nein, ey, was kommt ihr zu mir, Mann? Nee, der fette Fettsack soll mal bloß weg von mir. Alles klar, ja. Okay, Mausen-Keyboard. Das muss ich ja machen. Ey, wo ist Amassist? Nein, wer ist da alles bei mir? Ey, lass chillen, okay, lass chillen. Mach's chillen, mach's chillen, mach's chillen, mach's chillen, mach's chillen, mach's chillen. Ey, du Arschloch! Digga, ey, wer bist du? Wer bist du, du Einhorn-Wixler? Ey! Ich lauf kein Krossel. Ich muss doch blind aimen. Ich muss das Waffe immer spawnen. Ey, Daniel, konnte man wieder Sniper zielen? Nein. Nein. Das ist ja schwerer, Mann. Hey, meine Frage, was man machen muss? Ich hab heute das Aim-Names gespielt. Ich weiß, Alter, wirklich. Ich muss das mit snipen, ne? Was ist das mit snipen? Ey, ich werde bei viel geklaut. Nee. Interessier mich. Ey, ey, wer snipen da? Wer ist das mit meinem Nissen? Die Shotgun ist trash, Junge. Ich hab ja irgendeine Ziel. Ey, Digga, was passiert. Warum geht alle auf mich, Digga? Junge, wer zu fickert, mich da gerade abgekämt. Warum auf mich, Lina, Digga? Hilfe! Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Hör auf, ich hab ne Shotgun, ich hab ne Sniper! Digga, ist doch noch los. Wer hat da... Jetzt haben wir, Digga, einen Tri-Harder. Oh mein Gott. Ey! Der steht da oben, eigentlich, der Striper. Oh, haha! Nein, das... Nein, das... Ja, komm, da, nehm, hier, gib mir nen Handshake. Wir haben den geilen, den geilen Augen gelegt. Panda minus 1 einfach! Was kannst du eigentlich? Du, erst, minus 1? Wie bist du? Wer ist das denn geschafft? Wer ist denn, Panda? Ah, Dustin! Oh nein! Hey, ich sollte mir auch immer das hier sein. Ey! Tut mir leid. Wende, Digga! Das ist eine gute Erklärung. Ja, ciao! Oh! Ich hoffe, er läuft jetzt her. Natürlich läuft er mir hinterher. Der klatscht mir gleich eine. Chilber, ich hab dich wenigstens nicht... Ey, komm, spreng die auch mal. Digga! Ja! Wieso kriegt der eine bei einem Schaden mehr? Wieso kriegt der eine? Arne, Digga! Du weißt schon, dass du 40 Schlüssel brauchst, ne? Um jemanden zu befreien. Ich hab nur eine Null, pass auf. Die 39-Diggen anders. Wenn er eine Null hat! Wenn er jetzt eine Null hat, ne? Oh mein Gott! Gerade! Ich hab schon gedacht. Ey! Geh da recht! 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 Bitte ne 2, Digga! Und ne Schlitz! Geh da auch mal spielen, Digga! Boah, hoffentlich ne 2 in Summon hat Blut ausgewählt. Bitte Blut! Ich hab Blut! Ich hab Blut! Ich hab Blut! Ja! Ja! Jo, der Eden Hazard hat ihn gekillt! So, bitte, bitte, bitte! Ach, Gott, der geht nach oben! Ehrenmann! Ich weiß nicht, da schon wieder! Drop Item! Da gibt's überhaupt keine Items! Digga, zu siebt ist das ja crazy! Digga, mich erst mal suchen, Alter! Ich hab was verspügt! Aua! Ich seh mich nicht! Ich seh mich auch nicht! Ey, Wichser! Ich seh mich auch nicht! Ich seh mich auch nicht! Ich bin tot! Hey, 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 hey! Du bist die! Hey, 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 hey! Du hast mich nur runter! Ja? Gescheit so! Geh vorhin! Ey, lass einfach alle chillen, oder? Lass uns mal nicht schlagen! Ich bin einfach tot! Ach so, Alter! Ich hab tot gebaust! Lass auch nicht schlagen! Digga, ich spawn immer tot! Junge, der Blaue hat minus 1 nur. Er hört auf, wie du targeten. Nein. Ich habe minus 7. 7, mein Lieber. So, tschüss, Blaue. Minus 10. Der ist gerade runtergelaufen. Einfach random. Wer war das? Wo bin ich denn hier? Was bin ich denn? Daniel. Ich spawne und verrecke. Wo bin ich? Ich bin tot. Ja, Digga, es weiter. Easy. Kaktus 10. Ja, da ist es geschehen. Der hat minus 12. Ich habe gedacht, ich weiß schon Trash, Digga. Minus 8, Digga. Ist da vielleicht nicht runtergerannt. Guck, guck. Der Kaktus ist ein Schutzschild, ne? Ja. Bitte auch mein Lieber. Der Problem war, bitte, rat mal nie weg. Du musst auf ein Damage-Feld, Digga. Du hast gar kein Glück. Ja, Jason ist so intelligent, Junge. Krass. Ich fühle auch so. Ja, ja. 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 Ride Games. Boah. Bye, bye. Alter. Yo, eh den Hazard schon wieder. Eh den Hazard, die gefloggt, Digga. Mach nicht schon wieder die Bombs-Kartoffeln, Digga. Ja, die Bombs-Kartoffeln. Ah, fängt euch doch, wirklich. Willst du weg? Das ist ein Dich-Kartoffeln. Haha. Kastversteht, Digga. Rechts in der Ecke, unten, 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 rechts in der Ecke. Wait, ich hatte grad mies Internetprobleme. Holy Shit. Warum ich? Weil ich mich verraten das glaub ich Digga Beste Scoppy? 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 Ey da hast du euch 10 Wände geschlagen Digga Was hab ich da grad gesehen? Was bin ich sehen Jungs? Was bin ich sehen? Ja ok Ich lauf gegen jede verfickte Kante Ach Digga Immerhin nicht letzter Ja immerhin nicht letzter Hier mein Problem Komm Klammisch Die erste 0 Let's go Der Jomper So das hinten ist mein in der Hut Geh Digga und Schlüssel Gut Der Killer gefällt das Hauptnext und Runde in der 1 Oh Digga bist du doof? Bist du blöd? Wer? Wie? Also wirklich? Ich hab's noch nie so an mich da gesehen Pante sagst du Schon wieder Eden Hazard Laser Was ist das? Jump over the lasers Digga man kann sich schlagen Nein! Hört auf! Hört auf! Nein nein ich fick euch alle Unten links ist meine Hut Der Spiel muss entscheiden Es ist unfair Verpiss dich! Was ist das denn jetzt für ne Kacke am Boden Oh nein Digga das hat mich so gefickt Ich hab gar nicht gesehen mehr Ein Blatt! Nein ich bin wirklich jetzt raus Ich werd mir die Aufnahme angucken Und wer mich geboxt hat Digga Den werde ich 10 spritzen Ach Digga! Ach lol Jax war noch schlechter als ich Krass Ja natürlich Wieso ist hinter mir das Waffenarsenal der Fick Die einzige Scheiße war Wenn man sich die ganze Zeit kaputt boxen kommt Du musst halt wissen es ist in deiner Straße Die Doppel Null Lüge Hast du grad zwei miteinander in der Null bekommen Wichtig! Wichtig! Nein! Ich kann nicht wissen! Wichtig! Ich hole dich nicht ab! 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 Warum nicht? Nimm den Rapid jetzt ohne Witz! Ey ist der Global? Ja Global Elite! Geht das auf jeden oder was? Ja nein ich glaube eine Ratte vernehmen sich oder nicht? Nein die Fat Rat Ich glaube sie geht im Einzug hinterher hinter ihm so Genau und wenn die da in der Nähe einer ist dann ist er gebumselt Ich habe 22 Schlüssel ich habe gar kein Druckmittel Du hast auch gar kein Druckmittel Ich mach gleich auch wieder einen Schlitz weil ich den Gaut hat nur noch 12 Schlüssel Geile Sau Junge Da hier für euch Ne warte mal der ist doch irgendwer hier Ja Summit und ich war da Ja ne da da Ey da wollte ich nicht lang Ach da muss ich lang Präger hat sich die Location Ja aber er hat ja noch ein Spiel Ja ja wir fokussen Ja ja wir fokussen Jaa Umarmung Boah wenn ich gleich ein Damage Ankele ich gleich eine Pakete bekomm dir gar ich fahr dich um Oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein Mach Meter mach Meter Oh ich zusammen wenn wir auf dem gleichen Fels sind und da haut dann nur ein von uns weg Hoffentlich beide Oh 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 Bleiben die Digga! Hammer Digga. Dafür hab ich am Anfang nicht reingeschossen. Wait exzellent? Holy shit! Hahaha Digga ich konnte nicht an, dass da waren alle grad. Ach Digga! Ah! Oh mein Gott mein Finger hat voll gezittert. So guck'n Digga. Jaaa! Jaa! Jaaa! Seither! Ich bin ein Punkt, Panna, das war lucky Try harder, try harder, try harder Null, kommt die Null Kickt euch doch ins Knie, wirklich Weißt du was geil ist? Der wird jetzt gleich Justin verfolgen Und dann steht er bei dir, der Reaper Wenn du wieder rauskommst, nächste Runde Egal wie ich kann mich nicht töten Lass mich sterben Null, null, null Racism Ja, komm Umarmung Komm Zombie, oh wie süß Egal, ich bin von zwei Seiten Angesprungen Oh, oh, oh Das sieht gut aus Oh ja Ach nee, nicht so Ey Jason, Skitty Schuss Halt's Maul Ja, im Toten Ich kann nur zu, sag ich Ich weiß nicht, der spricht dich hoch Komm ich scheiß einfach auf das Spiel Ich bin aus, aus Versehen nicht gedoublejumpt Ne, ich hab doch auch nur, ich bin schon drauf Ach man kann doch 3jumpen, Digga Jetzt haben wir doch einmal Schüpptest da raus aus dem Game Ich bin hier, du Arschgesicht Ich hab null Punkte und ich bin tot Ah, jetzt bin ich auch Nein, hä? Tron Hä? Das ist ja schlimmer als mein Tron Hack Ja, länger als 50 Sekunden überlegt Ja, komm, jetzt sind wir wieder, oder was? Ja, ja Ja Spiel einen Stock, den nahm ich jetzt irgendwem in den Arsch Ich bin nicht, Matt Alles gut, alles gut Matt würfelt jetzt eine Null Null Ohhhh Oh, der Ranking Ball Ey, damit kannst du Avanti finischen Damit kannst du Avanti finischen Warum soll ich Avanti finischen? Ja, wieso? Er hat nichts Wait, kann es sein, dass Daniel jetzt vielleicht gleich gereapt wird? Nein, vielleicht Der Spiel hat ganz begewaltig Das ist natürlich Ich hab immer der, der am nächsten dran ist, oder? Ach, Digga, hab ich doch einen Trommart Digga, das ist ja auf seinem Weg Ich werde gereapt Daniel gewinnt jetzt einfach 5 Games und würfelt 5 Er hat ein Geschenk, erzähl mir keinen Ich hab doch so keine Schlüssel Ja, genau Was hab ich getan? Du hast ein Pokal Du hast ein Pokal Du hast ein Pokal Ja und du, das ist weiter als ich Ich bin hier, geh denn zu Ey, zieh jetzt mal nicht mich hier rein, ok? Justin, 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 Justin Guck mal auf die Zahlen Ich würd nicht nach rechts gehen Rechts, rechts, rechts Rechts, rechts Ne, ge nach rechts gehen Und, unten, 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 unten Unten ist noch besser, ja Un, unten, unten, unten Nach unten, nach unten, ja, unten, nach unten Unten verliere ich Leben Digger und rechts verliere ich Schlüssel Digger Ja, 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 das Film ruhig nach rechts gehen Bist du doof? Bist du doof? Bist du doof? Ja, idin hasar Darf ich jetzt auch mal spielen? Ich bin nicht in Bennisstraße. Werde dich letzter, dann kannst du auch früher spielen. Willst du zählen? Nein, 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 ich will gerne gucken. Rein aus experimentellen Gründen kannst du schauen, ob der One-Shot ist. Ja, ja, würde ich jetzt auch sagen. Ob der One-Shot ist. Weißt du, wer One-Shot ist damit? Weißt du, wer One-Shot ist? Bist du jetzt auch in Bennisstraße bitte? Oh ja, ist er. Nee, ist aber recht. Bennisstraße, ja. Bennisstraße, ja. Aber was was für schlimmer ist da? Schwarz ist... Warum? Was hab ich getan? Ich hab das nicht verhindern können, dass du stirbst. Weißt du das? 100%? Zeh? Nein, Zeh dann nicht. Oh, ich staubst auch gar nicht. Den Rubik's Cube. Also Jungs, die Taktik mach ich nie wieder. Ich dachte, ich bin klug und bleib oben, Digga. Weil alle nach unten gehen direkt. Nix ist oben. Nix? Er straßt die Gasse in eine Ecke Und das war's. Lass mal chillen hier. Wieso blinkt das aufwendig? Eins, 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 jawoll. Eins in den Chat. Der kommt einfach zur Bände, Digga. Was will der Wichser von mir? Nein, Digga, muss nicht langlaufen. Gute Nacht. Ja, sie lebt noch. Der wird deine Zeit kleben. Der bleibt die ganze Zeit. Ernsthaft? Er wird alle heimsuchen, Digga. Oh, die Maus und die Tastatur. Okay, maust den Keyboard. Scheiss, try harder. Ich weiß, ich bin nicht. Digga! Gib mir jetzt Waffen! Junge, überall! Er steht aber nur Summelt, Digga. Der kämmt die Mitte ab, der Mann. Digga, Summelt mit deinem scheiss PCM. Oh mein Gott! Mann! Ich muss auch Tammel Katt abgeschossen. Imagine dich Vierter sein, Avanti. Hast du was bekommen, Panda, für die Runde? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bomber. Bomber. Avanti. Ja, weg zu meiner Straße. Tja, Refund geht nicht mehr. So, ich hoffe, du bekommst 5 oder so. Aua, Scheiße. Ja, der Killer freut sich. Hey, das wird so gehen, Junge. Hey, guter Service hier. Ey, danke. Digga, das ist wichtig. Der war öffentlich der Einzige, der Wiedertur ist. Kommt doch her, du fetter Oger. Ich tp mich gleich mit dem Geschenk weg, was ich jetzt im Minispiel mir holen werde. Ja! Ich mag das, liebe das. Das muss man Controller spielen, das ist Banger. Digga, Junge, Formel 1. Ja, Bro, was ist denn die Steuerung? R2, R2, R2. Hä? Ja, ich bin runtergefahren. Also lieber langsam fahren und dafür drauf bleiben, legit. Das ist so ein Game. Ja, also wenn du einmal down bist, Sauber. Was für ein Final Lap? Er legt auch nur eine Runde, was? Die Pummelparty ist gecrashed! Ja, okay, Jux, das war sowieso mit der Dings jetzt. Statt auf so ein Pummelparty, Crash-Report, irgendwas. Und das hat auch ein Ladebalken aufgehangen. Das ist Spiel ausgelöst. Ja, dann können wir das Game wieder neu starten, ne? Ah, warte mal. You can load a save from the last turn in the Lobby-Menu. Wir können auch loaden, stand da. Ja. Okay, dann schauen wir mal. Ja, die Sache ist, ich habe das Geschenk geöffnet. Was, wenn ich ein anderes Geschenk bekomme? Ja, aber warte doch! Ja, okay, dann gehe ich jetzt raus. Ich beende jetzt. Mach so, dass man loaden kann. Da stand irgendwas mit load. Hey, also nein, 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 nein! Nein, also Jux! Ey, Jungs, lass mal so auf neu starten, bis Summit sich TP ist, okay? Nein! Nein, machen wir nicht! Ich habe, also... Lass neu starten, lass neu starten, lass neu starten, lass neu starten! Okay, nein! Der war ein Spaß. Ich bin weit genug weg von dem. Was sagt der? Nein, der, ich weiß das. Wrecking Ball, Wrecking Ball, Wrecking Ball! Oh! 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 Ohhhhh! Es Polk nicht! Es Polk nicht! Minigame ist Minigame ist Minigame. Oh links, links! Das Links ist gut, das kann ich. Der House Heißes. Ja, Mann. Da hat Bärner effects in dem Game Links. Oh, die ist dann dead now, ha? Die wurde auch wie einen Bug gefunden. Ja, Aua! Der ganze Hausstand liegt da. Der Gär hat 30 Schlüssel verloren, ist ja auch das glaube ich. Oh ja, und jetzt sind Bärners Einkaufstraße. Rainer. Ich bin Robin Hood, ich verteil das Geld an die Harte. 1, 2, 1. Hacht. Ey, bitte du dann das auf irgendeinem Hazard Feld. Wird dann irgendwer von euch ein Damage-Item? Ich hab's. Ja, Hazard. Er kommt ja nicht weg, er kommt ja nicht weg. Klopp, klopp, klopp. Verpiss dich, du fetter Ogre. Verfatz dich! Oh mein Gott. Er fängt den jetzt. Er riecht sich. Null, null, null. Ich brauch ne Shotgun. Ich kill den. Nein. Ich werd ihn eigenhändig zertöten. Zertöten, ja. Ja. Ja, das ist mein Game. 2, 4, 6, 7. Oh mein Gott. Wo bin ich? Wo bin ich eigentlich? Häh, Leute, was passiert hier? Alex TP't sich bei mir einfach. Nein, Digga! Nein! Kuckuck, ey! Alex, pack dich so durch! Ich? Ich? Ich pack nur ein Leben. Nein, es geht mehr rum. Jo, der TP't sich, der Mann. Ja! Du hast eine Internetleitung und TP't hier nicht rum, ey. Alex, du TP't sich so fett rum, ne? Ah, Alex TP't sich. Ahaha! 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 Ich bin es gar nicht. Chill mal. Chill mal. Chill mal, okay? Chill mal. Chill mal. Chill mal. Chill mal, das ist einfach als Till man. Oh. Ahaha! 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 Digga, blau, wirklich! Deswegen. Wobei, vielleicht kriege ich jetzt echt eine Shotgun auf dem zweiten Platz. Das wäre geil. Yippie! Er hat erst mal ein Minischpiel verloren. Pardon. Nein! Oh, die Kaktussi. Rettet ihr mich von dem? Die Kaktussi! Bitte rettet die mich. Bitte rettet die mich von diesem blöden Wichser. Ja, schön! Ey, Alex, das ist deine Lieblingszahl. Was bringt mir das jetzt? Ja. Was bringt dir das Ding sonst? Später vielleicht? Also, Loki? Warum? Dann bringt dir das mehr, wenn du später machst oder was? Ja! Ja! Nein! Doch! Lass mich doch spielen! Junge. Gott bless. Gott bless im Himmel. Gib mir den Scheißschreck. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Gib mir die zweite Seele! War nichts. Ja! Hallo, Fadid! Dieser verfettete Oga-Ficker. Dieser verfettete Fettsack. Wer pisst dich doch? Ich möchte zu meiner Straße. Jungs, ich lock den nach da hinten. Alles gut. Dann lebe ich mir, also haut mir die Oge eipt von Schädeln. Ach, Digga! Was ist denn das? Ich geh nie wieder nach oben. Wieso muss ich jedes Mal den blauen Schlumpf spawnen? Geh doch weg! Piss dich hier! Ich hör überall Kling, Kling, Kling! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Minini! Ini, mini, meini! Oh nein! Meine, deine, meine... Hey Alex, gib mir ein paar Tipps. Wie hast du den vorhin gefunden? Der lag auf dem Boden, Digga! So. Das wäre nicht aufgesammelt, irgendein Loser. Ach man! Hey, der Gäste-Rundfär. Junge, wer hat uns hier eingebuddelt? Wer hat uns hier eingebuddelt? Ja, Junge, wir kommen hier nicht mehr raus! Das ist geil! Wobei, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten! Da ist noch einer! Nein! Hey! Und jetzt weiter, geil! Noch ne Rakete! Digga, was hilft mir das Mad-Kit, Digga, wenn ich gleich von so nem Wichser gewon-shotted werd? Ich komm mit den O-Ganzo-Auberginen! Also, wenn du jetzt wirklich versucht, zu mir zu kommen... Ach, ich hasse dich doch einfach... Nein, der geht zu mir! Worin, wohin, 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 wohin! Das reicht nicht, 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 das reicht nicht! Komm! Wohin, 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 wohin! Du gefickert! Wohin, 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 wohin! Das war der Kaktussi! Lass meine Kaktussi ihn rein! Ja, und jetzt komm nach rechts und lass dich reapen, oder nach unten! Thanks for the donation! I really needed that! So, gib mir jetzt das Arsenal, Digga! So, wer mir jetzt auf den Sack geht, der kriegt AIDS! Oder ein hässliches Sex-Gallionchen, so! Digga, er macht jedes Mal eine Hunde! Wo will der Ficker hin, Alter? Jungs, das ist der Hasenkreis da unten! Nein! Das ist schon wieder das! Aber muss ich ihn da machen! Das ist, also, die Sensi ist asozial bei dem Game! Das ist unfassbar! Okay, mal gucken wir, rechts von mir, oh, Skorpi! Ich glaub, ich hab mein Mate gefunden, wer ist links von mir? Ich seh's nicht! Verpisst dich! Verpisst dich alle! Warte, bitte nicht alle, nicht rein! Das wäre nicht! Daniel! Wir müssen raubauen, wegkommen hier! Ja, warte! Wirklich, machen wir aus das Natur, Alter! Weiß! Wir müssen team, weiß! Wir müssen wirklich team, weiß! Oh mein Gott! Er hat sich selber reingeworfen! Wer ist hier der Wirt? Ihr Ficker da drüben! Hört auf! Hä, hä, hä! Jungs! Ich kann dich nehmen! Mann, machst du dir den Kopf! Wofas, du Schiss! Verpisst euch da hinten! Verpisst euch da hinten, hab ich gesagt! Hört doch mal auf! Ich hab hier nichts mehr! Hört auf! Hört auf! Nein! Verpisst dich! Nein! Hört auf! Hört auf! Wirklich! Ich hab Frauenkinder! Oh Mann! Ja! Wait, wait, wait! Ja! Ha, ha, ha! Digger? Digger? Ich bin tot! Nein! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Der Mann wird zu mir laufen! Der Mann wird zu mir laufen! Ich bin, glaube ich, weiter oben! Ja, ich glaube, der wird jetzt links antäuschen und dir dann eine klatschen! Ah, Alter, endlich! Oh nein! Man kann noch eine Null würfeln! Ah, ha, ha, ha! Null Matt, 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 Matt komm, komm, komm! Null Matt, 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 Matt! Ey, du bist im Hasen-Circle! måcht' ja nichts sagen, aber! Nein! Schade! Schade, Daniel! Oh, schade, Daniel! Oh, schade, Daniel! Der ist der Weg! Ein Bomber! Ich weiss ja nicht! Willkommen in der Einkaufsstraße! Digga, warum spawnt da jeder einen Schwan? Ey, Digga, ist wunder gefühlt bei Bennet, Digga. Es ist richtig schön, Digga. Nein, was für Schreiben? Oh, ich kann nicht schreiben! Ich auch nicht, Digga. Wo ist das Ende im Alphabet? Ach, Digga, wer da am schnellsten ist! Ah, guten Morgen! Ich warte aufs nächste Mal, Digga. Ach, Digga, die Wüste am Ziel doch auch! Ach, Scheiß, was drauf. Wer denn, Digga? Ich hab daneben geschlagen! Ich find deine Eltern da hier. Digga, ich bin 100 Jahre am Schlafen, Digga. Ich bin mehr am Schlafen als awake, Digga. Was für ein Scheiß, Digga. Oh mein Gott, also welcher... Jungs, ihr habt's auch geschlagen. Ich möchte kurz anmerken, den, den ich geboxt hab, der hat mich davor geboxt. Hör doch auf mich geboxen! Also wirklich! Bälle, Bälle! Was für Bälle? Ich hab's nicht gedrimpt! Nein! Daniel! Oh mein Gott, wer ist das? Ich bin nur am Schlafen! Alter, wirklich! Ihr habt so kleine Schwänze, alle von euch! Verirrst du! Alter, wirklich! Ich fahr nur am Schlafen! Easy! Easy! Ey! Ey! Oh, endlich! Hoffentlich eine Null! Ein Eins wäre ganz schnieke, Summit! Ach, Digga! Ja, so eine Pussy! Wirklich! Die Null! Die Rakete! Ja, Digga! Ich will nur mal sicher gehen! Fickt euch alle! Wirklich! Und verdient! Nein, da liege ich! Wieso hat mich der Box halt schon nach der hinten gehauen? Wenn, dann machen wir mit den zweiten Hasen! Ja, mach ich jetzt auch! Dann willst du meine echten Hasen sehen! Soll ich euch mal einen Hasen zeigen? Hier, guck mal meinen Hasen! Den zauber ich aus meinem Zylinder! Boah, schon am Rocket League! 1 vs 2 1! Haben wir jetzt direkt die anderen ficken gleich? Hoffentlich! Okay, okay, es bleibt spannend oben rum! Okay, es ist oben rum! Summit hat genug Schlüssel übrigens! Ich bin mehr dafür, dass wir unsere Wrecking Balls vereisen! Nein, nein, nein! Warum, warum?! Panda, ich hab dir gar nichts gemacht! Ich hab noch einen! Benne, Benne! Wir machen den, ne? Ja, ich hab noch einen Wrecking Ball! Warte mal, warte mal! Du hast auch ganze Zeit einen Wrecking Ball gehabt! Du hast Benne nicht einmal attackiert! Obwohl er schon seit mindestens 4 Routen erstes! Warum? Er hat kein Geld! Der kann auch nix anfangen! Digga, was hab ich dir getan? Achso, wenn ich 39 habe, würdest du mich nicht mehr angreifen? Ja, richtig! Heute noch, Avanti! Du hast keine Items! Ja, das für Nullo gut ist! Ja, Avanti! Du hast weder Geld noch Items! So ist gar nix! Das ist dir gar nix! Jetzt hat er wirklich gar nix! So, wen geht er jetzt holen? Wen geht er holen? Komm Summit! Der fette Oga kommt noch nicht zu holen! Ja! Warum? Daniel, ciao! War schön mit dir! Was? Geh mir nicht auf den Geist! Was? Du bist die Hälfte da nach runter gefahren! Ja, weil Danny gerade mein Zimmer baugt! Wir müssen die Idealinie fahren! Ah! Das ist nicht die Idealinie! Oh! Da auch nicht! Ja, Digga, das war's! Einfach safe runterspielt! Einfach safe runterspielt! Daniel, bitte fall nochmal! Fürs Video! Nein, mit 3 Jahren Sieg kommt runter! Ja, scheiße! Ben! Du auch? Ja, ich hab ein bisschen Geld! Jawoll! Ja, ist auch unverdient, ne? Glück ab! Verpiss dich, Daniel! Verpiss dich! Bitte gib mir einfach den Tristan! Ich fick dich! Ich hol dich! Ich hol dich! Ich hol dich! Was? Ich hab's schon gesagt! Hahaha! 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 Der Junge kann die Leute hier einfach durchspielen! Das ist doch Magine! Pfff! Er braucht einen Schlüssel! Hahaha! Er braucht einen Schlüssel! Und er würfelt einfach drüber! Schade, Daniel! Hahaha! Schade! Hahaha! Was soll ich spielen? Ja, so drei Dinge einfach hier gelaufen! Hahaha! Hahaha! Der Junge ist ein Schlüssel, Digger! Der Junge, hat nicht mal Glück am Spiel! Hahaha! Warum?! I came in like a Wrecking Ball! Digger, ich genieße gleich so geil das Heelpack, ne? Oh mein Gott! Welches in den Arm stecken! Bitte irgendwer einen Wrecking Ball gleich bekommen! Scheiß drauf, ob ich hier passiert werde! Ja, der hat eh nichts! Der hat eh nichts! Ja! Hahaha! Er würfelt zum zweiten Meinen Null auf den Helm! Hahaha! Er hat nichts! Was ist das denn? Du hast ne Longest on the Spinning Cube of Hell! Don't fall into lava! Wer boxt ist ein Ehrenlobe! BITTE hört auf zu boxen! Lass das Spiel ohne Boxen spielen! BITTE! Fick dich! Und längst ist mein Eck! Ist ja nicht so, dass ich auch welche bekommen habe! Warte Spaß! Warte Spaß! Warte Spaß! Ist ja nicht so, dass ich auch welche bekommen habe! Ach Gott! Der hat mich angetäuscht! Der hat voll angetäuscht! I don't wanna wait for! I don't wanna wait for! Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich da? I don't wanna wait for! Das kann nicht sein! Der blöde Wichser hat angetäuscht am Anfang! Wenn ich mir denk! Wait! Es gibt drei Runden! Oh mein Gott! Es gibt drei Runden! Bitte nicht die eine Runde reich mir doch davon! Egal! Diesmal weiß ich, dass der Wichser antäuscht! Ey! Zwei Tone ist klar! Digga, ich komme mir bei so legendäres... Oh mein Gott! Warte! Ich sehe mich schon wieder nicht! Alles klar, Digga! Du bist der ohne die Lebensleiste! Hilfe! Was mach ich jetzt? Digga! Was ist hier los? Das ist das für eine Scheiße, Digga! Bin ich noch da? Bin ich noch da? Ne, jetzt bin ich tot! Ich sehe mich ja nicht! Ey! Nein! Du Arschkopf! Er hat mich gefickt! Er hat mich gefickt! Wie lebt ihr noch? Ich hab's noch gespuckt! Ich hab's noch gespuckt! Ey, das ist ja unfair! Oh Mann! Ich wurde richtig weggeheated von dem Murfel! Ah! Aber warte, wie kann es schon wieder letzter sein? Ah! Chill, 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 chill! Ich hab trotzdem weniger Punkte als manche andere, weil ich eben so ein Loser war! Ja! Gut, ja! Scope, Digga, der Sweater! Der kann das! Hey! Hallo! Hallo! Ich bin direkt runtergetreten! Äh! Wer hat da ganz so viel Damage gegeben? Aua! Ich bin tot! Ja, Sam ist tot! Ne, geil! Nein! Bin ich nicht, du Arschloch! Doch bist du! Sieh dich einfach ein! Ich bin auf dem Gipfel! Wo bin ich?! Ich seh mich nicht! Ah, da bin ich! Geil! Hallo, Alex! Ey, damit sie einfach diese scheiß Kristallen gecarriedet ist unfassbar! Geil! Das ist so unfair! Kannste aber sterben jetzt? Digga, es lebt doch eh nur drei! Warum soll ich sterben? Weil du noch viel ehrlich bist! Also, legit, man konnte das Game krank abusen mit Hüpfen spammen! Äh! Holy shit! True, true, true! Hüpfen spammen war so broken! Ja, das konnte ich leider erst zweite Runde herausfinden! Ey, warum ist hab ich vor mir? Ich hab doch... Wir haben gleich... Direkt vor mir ist was! Keine Ahnung! Spons? Nein, Mann! Du hast keine Dinger! Ich möchte eine Null würfeln! Das bringen wir aber nicht, selbst keine Schlüssel! Daniel Daniel! Wrecking Ball! Rein da! Let's go! Mach! Los geht's! Wichtig! Ja, der ist halt weg vom Knecht! Hoffentlich sponnt der... Hoffentlich sponnt der in der Mitte, wo ich nochmal weghaut! Jungs, wo kriegt man am besten Schlüssel her? Hm... Da im Kreis! Du bist verdammt! Bin aber nicht! Das ist Waffen-Arsenal! Wer will der 1? Er will eine Null! Schaust! Schaust! Und das war's jetzt erst mal! Gute Nacht! Du wirst vom Pferdzeug abgeräumt! Der ist direkt davor, Digga! Hahahaha! Er wird immer mitgenommen! Eie ausstrahlen! Er ist so für Mitleid mit Jason, er verschont ihn einfach! Oh nein! Ach nee! Ein, ein, nein, nein! Das kriegt ihr! Ich hab einen Bock! Ja! Ist ja geil! Was ist das denn, hä? Komm bitte, 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 gönn mir! Gönn mir! Gönn mir! Bitte, 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 bitte! Skorpi! Ey, ich war ausgetoppt! Du musst uns die Platten wegmachen! Du musst uns die Platten wegmachen! Du musst uns die Platten wegmachen! Wie mach ich die Platten weg? Darf ich euch schlagen? Der lebt auf, wer draufstehst! Nein, nein! Ich wär dafür, dass du auf den Schwarzen gehst! Hä, die repaaren die nicht, Digga? Nein! Ida ist tot! Ida ist tot! Warum willst du mich fokussend auf die anderen killen kannst, weißt du? Also taktisch! Ah, Digga! Weil ich mit dir vorne an dem Dings bin und ich fokussend bin! Du Versackter! Warum denn mich? Willst du, dass Samen gewinnt! Also ohne Spaß! Oh mein Gott, Leute! Ich krieg'n Geschenk! Ich krieg'n Geschenk! Jetzt geht's los! Das ist so unfassbar! Ey, der ist doch unfair, Digga! Ey, wir fangen jetzt an dir! Was ist doch, dass du das bekommst? Hallo! Jetzt sind wir! Ah, Magneten! Ey! Ey! Du willst eigentlich alles abziehen, ist doch schlau! Und dann hast du genug für ne Truhe! Digga, der hat 15! Du willst alles dazu, was genug für ne Truhe ist! Warte, 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 warte! Du hast zwei mal gar keinen Film! Gib mir ne Null! 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 Du hast noch Magneten mehr jetzt, siehste? Du hast noch einen Magneten! Es hat einfach nichts gekostet, ihn abzurücken! Gib mir ne Null und ich, äh, fahr direkt nach Niedersachsen! Nein! Benne? Kommst du? Warte! Hör dich drauf! Hallo! Hallo! Kommst du nach Niedersachsen? Kommst du nach Niedersachsen? Jetzt nicht mehr! Jetzt nicht mehr! Geschenke an! Geschenke an! Geschenke an! Also wieso hab ich denn jetzt nicht verdient? Verdient! Daniel hast du verdient die letzte Runde! Hallo! Wieso darf ich nicht kaufen? Ich steh auf dem Feld! Hä? Achso! Warum nicht kommt der fette Oga dich gleich abziehen! Scheiße! Stopp! Stopp! Unverdient! Unverdient! Wie du schießt auf einem Feld weit, Arne? Nein! 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 Was ist was denn? Nein! Das spiel ich nicht! Ich bin raus! Ich bin raus! Benne, wie war immer ein gutes Team! Daniel, wie war immer ein gutes Team! Wer sich gegen uns vereichtert, Daniel! Wir wissen, dass wir gehen müssen aufpassen! Nein! Was? Nein! Welcher ist denn mein Baum? Nein! Nein! Du musst, Benne, du musst Geschenke klauen! Du kannst auch von anderen Places Geschenke klauen! Ah, ok, ok! Ja, ja! Das heißt, wir gehen alle auf Panda! Nein! Alle auf Summit! Summit! Wir gehen in den Insel auf Panda! Der Rest ist egal! Wir gehen auf Panda! Nein! Ich spawn-trippe dich! Wir gehen auf Panda! Wie grebe ich eigentlich? Du laufst einfach so! Automatisch! Du laufst einfach so! Halala! Dich merk hier! Alles klar! Ja, ihr nehm eins, nehm eins! Okay! Der Blaue macht mir ein bisschen Stress hier! Geh mal vor meiner Website, du Affe! Geh mal vor meiner Website, du Affe! Was will denn der hier von mir? Daniel! Ja, dann nimm auch nicht von mir auf! Bende, wenn dein Stock voll ist! Ich merke das, ok? Alles gut! Daniel! Ich hab keinen Bock mehr! Bende! Hey! Hey! Wer klaut jetzt von mir? Also, Jungs! Ich hoffe, eure Eltern sterben heute nach No-Joke! Ohne Spaß! Oh mein Gott, Leute! Du hab's verdreht! Ohne die Teams! Wie schlecht will man sein? Captain, du bist so ein Trash! Wie schlecht will man sein? Alles ganz schön, habe ich nichtes Glück. Drei Leute zu mir, liess ich mir ein Geschenk! Was ist das? Wie schlecht will man sein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, komm, versuchen wir es mal, ne? Wir haben nichts zu verlieren. Ja, so eine Pussy, Digga. Verreckt. Ohne Spaß. Das ist gewonnen, das ist gewonnen. Aber ich bin mit dem zweiten, gebe ich mich zufrieden. Nein, nein. Ich hätte es dir auch gegönnt, bin ich ehrlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guck mal 6, das habe ich nicht. Null. Null. So. Hat items, Jungs. Game ist vorbei. Der nutzt jetzt den Kaktus, Digga, geht aufs Damagefeld und wird von meinem Hasen weggewächst. Ganz einfach. 1. Oh mein Gott. Wie oft willst du noch auf dieses Feld, holy shit. Kann das auch alles nicht mehr? Ich kann das nicht. Hast du noch Magneten? Magnete, Magnete, wir haben es auch immer gezogen. Warte, wenn du Magnete zahlst, dann kaufst du ein Item. Wenn du Magneten zahlst, dann kaufst du ein Item. Digga. Magnete, Magneten zurück. Logisch, ich denke. Magete, Magneten zurück. Aber schon, ne? Es wäre schon interessant, zumindest zu wissen, ob das funktioniert. Oh, und soll das nicht funktionieren? Er hätte ja nicht so verlieren. Außer... Boah, geil, das Mac Pad wollte ich schon immer haben, Alter. Mac Pad. Mac Pad. Mac Pad. Das ist aufs Summit Pack. Digga. Das Spiel trollt! Das hast du so verdient. Das hast du so verdient, ne? Ich sag's dir mal, so hättest du keinen Magneten benutzt, hättest du das Paket einsammeln können. Geh mir mal nicht auf die Eier, Digga. Geschenk? Warum kein Geschenk, ne? Wieso gehst du nicht Rackingball und geh auf Summit? Achso, actually, warte mal. Digga, der ist jetzt vor mir! Ne. Ne, der wird gleich weggereapt von irgendwas. Somehow. Ich hoffe... Ich hoffe, Skopi gewinnt. Wer so verdient. Honestly true. Honestly true. Komm Skopi, du hast jetzt ein Geschenk, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh. Summit? Summit, dein erster Platz ist in Gefahr. Ja, ey, mit einem zweiten Juni aus. Skopi, Skopi, Skopi. Nur Medaille nehme ich mit, weißt du? Das ist für mich wichtig. Ah, guck mal. So wie ich gerade. Krieg jetzt ein Double? Ne, er kriegt keinen Double. Mech mit Player, Alter. Mech mit Player, Digga, der zieht mal vier Schlüssel. Also, ich will schon vier. Also, wenn ich jetzt das Winnie-Game gewinne, oder über Summit bin, gewinne ich. Eventuell. Digga, wieso? Ne, Digga. Wir gehen alle auf Summit, Digga. Ja, kein Bock mehr. Warum? Verdient, verdient, ja. Digga, du stehst vor dem Kissen, wollte ich sagen. Nein, wir gehen nicht auf den Biegen. Mech hat mich hier unten geboxt, Alter. Holy Shit. Nehmt alle Pennen weg. Was? Nehmt alle Pennen weg. Da nicht, ich gönn's dich. Ich gönn's dir vom Ersten. Alter, gönn's dir da hier. Das ist eine Lücke. So, ich schwätze. Über den Zaun. Über den Zaun. Oh. Rengau. Rengau. Alter, Digga, was ist das denn? Er hat mich nicht mal berührt. Doch, Telepathie. Ja, der austinische Telepathie überrascht. Alex, Alex gewinnt. Ne, Alex, oh, er hat doch Alex gewinnt. Avanti. Ach, komm. Digga, also wirklich, ihr seid nicht gebetatet. Hey, ich hab doch schlagen getrunken, Digga. Riot Games. Riot Games. Oh, Gott. Ich bin auch gerade CC'd. Also, so Permat CC'd. Einfach so aus dem Nichts. Schade. Mal schauen. Mal schauen, ob das was wird, Digga. Der Gamble. Guck mal, ob eine Rakete reicht. Der Gamble. Nein, würde es heißen. Der Gamble. Und? Minigames oder Teleport? Minispiel, okay. Oh, Junge. Ja, okay. GG's. Fick dich, Panda! Das war zu easy. GG Alex, GG Benne. Ja, danke, danke. Also, ich hasse dich immer noch wegen der eigenen Trophäe. Ist einfach noch okay. Avanti tut mir ein bisschen leid. So, was gibt's jetzt für Minispiel Sterne oder wie die Scheiße ist? Wir haben halt nichts alleine. Deswegen bist du ins Team, weißt? Der Arse. Einfach's Maul und Han, Junge. Oh, wir haben da noch mal gebumst. Kein Geld, kein Leben. Welcome to the Pummel Awards, Junge. Ja, jetzt kommt hier Summit oder Scorpion. Gleich kommt ich ja. Summit. Digga, wie vielleicht kommst du ja, Digga. Das kann jetzt in Summit am besten. Der Summit hat auch meistens Spielschirm-Schwere von uns allen. Da, Jason! Hey! Ja! 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 Geil! Ja! Ein Trophäe. Da bin ich! Bin ich jetzt noch am zweiten? Oh mein Gott. Ding Benet wegen seinen ganzen Haseln. Ich hab's am zweiten. Was, ey? Halt den Player! Warte, komm, Player ist jetzt bei manchen Spieler, ne? Player ist einfach, er geht mit zwei Trophäen nach oben. Der gewinnt gleich. Der gewinnt gleich noch, er kriegt noch die dritte gleich. Was? Oh mein Gott. Der zweite Platz! Ich hole ihn mir! Wie frech! Ich hole mir den zweiten. Ja, actually. Ok Warte, der Typ ist das erste gewohnt, oder? Der Typ ist das erste gewohnt, oder? Nein, 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 nein Der ist dritter, der ist dritter jetzt Er ist jetzt gerade dritter Er ist dritter Er ist dritter gewohnt, durchs nichts tun Durchs ständige Verlieren Durchs verlieren Er ist dritter gewohnt Also lowkey Ich gönns ihm Ich gönns McRolius Ok, Jason, man muss sagen, man hat so viel auf dir rumgehackt Ich hör's dir, der hast du nicht Ey, Jason, komm, gib mir nen Handshake Wir sind auf dem Treppchen Komm, Bro Halt meine Mauer jetzt!